Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unsere perfekte Hochzeit. Heute hatte ich die liebe Kiana im Gespräch. Kiana ist eine Hochzeitsfotografin aus Hamburg, sehr sympathisch, bei der ich nächstes Jahr sogar auf der Hochzeit als DJ aktiv sein darf. Kiana hat sich vor kurzem nebenberuflich selbstständig gemacht und in diesem Podcast haben wir gesprochen über, welche Fehler macht man eigentlich bei der Suche von Hochzeitsfotografen oder Hochzeitsfotografinnen. Warum kostet ein Hochzeitsfotograf eigentlich so viel, wie er kostet? Also alles rund ums Thema Geld, was ihr persönlich auch noch wichtig ist an einem Tag der Hochzeit. Worauf sollte man achten? Was sind ihre Erfahrungen? Magst du Rotwein oder Weißwein? Klar, das ist auch immer ein wichtiger Punkt bei diesem Podcast. Ein sehr offenes, sehr herzliches Gespräch. Wir haben viel gelacht, auch schon in der Vorbesprechung viel gelacht. Ich bin mir sicher, ihr werdet viel Spaß mit Kiana haben. Ihre Social Media Kanäle, wie auch ihre Website, habe ich natürlich verlinkt. Damit geht's rein ins Gespräch. Viel Spaß damit. So ihr Lieben, neue Folge und zu meiner Linken, für euch zu eurer Rechten, zum ersten Mal jemand aus der Hochzeitsfotografie. Die Liebe darf sich gleich einmal vorstellen. Und dann reden wir ein bisschen über die Fragen, die ihr mittlerweile schon kennt. Wir reden, ob Rotwein oder Weißwein, natürlich die ganz wichtige Thematik, das Liebere für dich ist. Und wir reden über alles rund um deinen Job. Was bringt die Zukunft vielleicht für dich? Und ich freue mich darauf, dass du dich ein bisschen hier präsentierst heute. Danke, dass du da bist und den Weg auf dich nimmst. Aber stell dich gerne mal vor. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Kiana oder auch die, bei der man nie weiß, wie man den Namen ausspricht. Ja, das hatte ich auch am Anfang. Ja, das glaube ich. Da sind auch die wildesten Konstellationen tatsächlich schon zustande gekommen. Glaube ich dir. Ja, ich bin 25 Jahre alt, bin Hochzeitsfotografin und komme aus Hamburg. Aus Hamburg? Hamburg ist groß. Hamburg ist groß, ja. Von wo denn ungefähr? Aus der ländlichen Ecke Richtung Ulstedt, Ahrensburg. Also kein Stadtkind. Nein, ich bin ein Dorfkind. Sehr gut. Und wie bist du dazu gekommen, Hochzeitsfotografin zu werden? Ich meine, ich muss fairerweise sagen, ich weiß es mittlerweile, aber die Zuschauer natürlich nicht. Ich bin eigentlich mit der Kamera groß geworden, wie fast jeder, der in die Fotografie eingestiegen ist. Mein Papa, der war immer leidenschaftlicher Hobbyfotograf und dementsprechend bin ich ja auch im Laufe der Jahre immer mehr damit in Berührung gekommen. Dann habe ich mir zu meiner Konfirmation meine erste Spiegelreflexkamera gekauft von dem hart ersparten Geld. Ja, klar. Und ja, dann fing das irgendwann im Laufe der Jahre an. Ich war immer die mit der Kamera. Ich habe mich immer zum Fotos machen getroffen, meine Freunde fotografiert, Porträts gemacht. Und irgendwann fing das an, dass die Leute auch ein paar schönere, professionellere Bilder haben wollten. Und haben mich dann gefragt, hey, könntest du mal, hättest du Lust? Habe ich natürlich ja gesagt. Klar, gar kein Problem. Ja, genau. Und ja, letztes Jahr fing das dann an, dass ich auch Babyfotos und Schwangerschaftsfotos gemacht habe und ja, so ein bisschen tiefer in die Materie eingetaucht bin. Ja, und dann kam Anfang des Jahres, diesen Jahres bin ich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden und sollte die Hochzeit von einer Arbeitskollegin meiner Mama fotografieren. Fand letztendlich nicht statt, weil sie sich für ihre Freundin entschieden hat, weil es halt nichts gekostet hat. Ja, aber irgendwie ist das so ins Laufen gekommen und ich habe tausende von Workshops besucht in ganz, ganz kurzer Zeit, weil ich dachte, scheiße, ich muss jetzt abliefern. Und habe mich damit halt sehr intensiv beschäftigt und ja, dann stand ich letztendlich schon mit einem Bein in der Branche drin und für mich war es eigentlich immer super, super weit weg, so in die Hochzeitsfotografie einzusteigen, weil es natürlich so ein Riesenthema ist. Du kannst diesen Tag niemals wiederholen, die Momente kannst du ja auch nicht mal eben sagen, Leute, könnt ihr bitte nochmal reinkommen? Ja, genau, bitte, ich habe es gerade nicht drauf. Ist eher schwierig. Ja, aber trotzdem dachte ich mir, nee, komm, ich gehe jetzt den Schritt und fasse meinen Mut zusammen und mache das. Und ja, zeitlich hat sich auch eine Freundin von mir selbstständig gemacht als Hochzeitsplanerin und ja, dadurch hat man sich so ein bisschen unterstützt und auch gegenseitig Mut gemacht. Das war sehr, sehr cool und ja, jetzt habe ich im Sommer diesen Jahres dann meine Selbstständigkeit auch offiziell angemeldet. Sehr gut, sehr gut. Schöner Schritt, schöner Schritt. Wir müssen der Fairness halber sagen, du hast angefangen 2021, wir wissen ja nicht, wann es gehört wird. Ja, das heißt, du machst es aktuell nebenberuflich. Genau. Noch vielleicht, wir hatten schon eine kleine Diskussion vorhin, ob das auch nebenberuflich bleibt, aber aktuell machst du es noch nebenberuflich. Strebst vielleicht irgendwann das mal an, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das heißt, offizieller Titel? Hochzeitsfotografin. Hochzeitsfotografin. Genau. Wichtige Frage, Rotwein oder Weißwein-Fan? Lille. Lille? Ja. Kein Wein? Sehr, sehr selten. Und wenn? Wenn, dann eher ein Rotwein, aber also wer mich kennt, der verbindet mich mit Lille. Gut, dem kann ich nicht so viel abgewinnen, bin ich auch ehrlich, kann ich nicht so viel abgewinnen. Ist in Ordnung. Ja, sehr gut, sehr gut. Es ehrt mich sehr, dass das für dich dann doch in Ordnung ist. Da du es ja nebenberuflich machst, ist vielleicht Geld nicht die größte Sache dafür, aber Geld oder Liebe? Liebe? Mit einem ganz kleinen Aber. Ja. Also ich bin, wenn ich eine Sache mache, die ich auch gerne mache, dann bin ich mit vollem Herzen dabei. Und auch mit 120 Prozent. Und Liebe überwiegt immer. Man darf aber auch nicht vergessen, das Geld spielt auch irgendwo eine Rolle, weil ohne das Ganze läuft es nicht. Wenn du immer nur reinsteckst und ganz viel Liebe investierst und tust und machst und alles mitnimmst, was nur geht und am Ende letztendlich nichts mehr rumkommt, ist es, denke ich, ziemlich demotivierend. Und ich glaube, ohne Geld würde das Ganze langfristig jedenfalls nicht funktionieren. Aber auf jeden Fall Liebe vorne. Liebe und Leidenschaft mal gleichgesetzt in diesem Bereich. Ja, voll. Wenn du mit Paaren sprichst, der Erstkontakt ist ja wahrscheinlich Instagram, Website, also Google entsprechend oder Empfehlung. Ja. Wenn du mit den Paaren sprichst, was ist dir wichtig? Also wo sagst du so, habt ihr irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht oder auf was achtest du, auf was vielleicht jemand anderes nicht so sehr achtet? Also mir ist es sehr wichtig, dass man nicht nur so ein typisches Dienstleisterverhältnis hat, sondern dass ich das Ganze mehr als, klingt jetzt vielleicht blöd, aber als Freundschaftsbasis sehe. Ja. Dass ich merke, okay, das vibet mit den Leuten total gut und die fühlen sich wohl mit mir, weil das siehst du letztendlich auch auf den Bildern, wenn die sich nicht wohlfühlen, das merkst du einfach. Das ist sichtbar und mir ist es auch wichtig, dass ich mich mit den Paaren wohlfühle und dass es eine schöne Atmosphäre ist an dem Tag, weil als Fotograf bist du wirklich den ganzen Tag von der ersten Minute bis zum letzten Ende dabei und bist sehr, sehr nah, auch vor allem an der Braut dran, auch beim Styling morgens. Und ich finde es immer schön, wenn man dann ein gutes freundschaftliches Verhältnis einfach schon hat und sich gegenseitig oder ich die Braut halt einfach ein bisschen runterfahren kann und sie jetzt nicht noch zusätzlich Angst haben muss, weil da gerade eine Kamera noch mit dabei ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig und dass die Paare sich natürlich auch wohlfühlen. Ja, man hört auch immer mal wieder, ja, wir hatten mal einen Fotografen, mit dem waren wir nicht so zufrieden. Gibt es auch und mir ist es halt wichtig, dass die Leute wissen, was sie erwartet, dass sie meine Bilder auch kennen und dass halt solche Situationen gar nicht zustande kommen. Und bei DJs ist es häufig so, dass du hörst, ja, der DJ hatte keine Übergänge, so wie ein kleines Vorgespräch bei uns. Oder die Musikauswahl war nicht so richtig. Welches Vorurteil gibt es, was du gerne über Fotografen aus dem Weg räumen möchtest? Die drücken nur ab. Die drücken nur ab. Ja. Das kann mein Onkel genauso gut sagen. Genau, Onkel Gerhard steht in der Ecke und macht Augenfoto. Der hat auch eine Spiegelreflex. Richtig. Das ist das Schlimmste, oder? Also ich, ja, das kann ich gut vorstellen, gibt es natürlich bei mir auch mit Spotify-Playlisten oder so. Das, wenn man es einmal weiß, wie es nicht geht, dann weiß man, was man wahrscheinlich nicht möchte, weil man heiratet ja nur einmal, ne? Richtig. Die Fotos, die guckt man sich wahrscheinlich nochmal häufiger an, vielleicht zuerst auch, Zettstag, sicherlich bekommen die Paare ja auch von dir in irgendeiner Form, ob es digital oder vielleicht auch ausgedruckt ist, je nachdem. Genau. Das wäre ja nicht so cool, wenn da irgendwelche Fotos, die vielleicht nicht gut bearbeitet sind oder man braucht ja auch ein gewisses Gefühl dafür, den Moment, also wann drücke ich ab? Das ist natürlich ein großes Thema. Bei euch ist das so ungefähr wie bei mir, wann spiele ich einen Song, ne? Also ich kann damit halt wirklich die ganze Tanzfläche leer machen. Wenn ich möchte, möchte ich natürlich nicht, aber das würde natürlich gut gehen. Ja, voll. Wenn du an deine Branche denkst, was ist die Zukunft? Also wo siehst du deine Branche in den nächsten paar Jahren? Also ich meine, die Branche hat sich in den letzten drei Jahren, die Hochzeitsbranche seit Corona, doch sehr gewandelt. Was glaubst du, wenn du auf die nächsten drei Jahre, hoffentlich ohne eine Pandemie oder sonstige Thematiken guckst, wo glaubst du, entwickelt sich deine Branche hin? Also ich glaube, Hochzeiten werden von Jahr zu Jahr auch immer präsenter und auch die Dienstleister gewinnen an Wichtigkeit. Und wenn man jetzt auch mal auf den Bereich Videografie denkt, hinblickt, vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren war dann noch gar nicht so gefragt wie heutzutage. Heutzutage spielt sich halt auch alles irgendwo in gewisser Weise digital ab. Die Leute, die wollen was posten, die wollen zeigen, was sie erlebt haben, dass sie einen schönen Tag hatten. Und ich glaube, so auch diese ganze Medienwelt, die spielt eine große Rolle. Und ja, eigentlich, man hört irgendwie immer von Jahr zu Jahr, dieses Jahr war so ein richtiger Boom, Hochzeitsboom. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder? Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, der wird nie abnehmen. Ich glaube, das wird noch mehr und die Leute, die wollen noch geilere Hochzeiten feiern, die werden kreativ, die fahren ins Ausland, die machen ganz kleine Hochzeiten irgendwo auf einer Bergspitze. Und ich glaube nicht, dass das Thema überhaupt irgendwann mal abäppen wird. Also ich hoffe es natürlich auch, bin ich auch ehrlich. Aber wenn du sagst, dass die Hochzeiten immer präsenter werden, das Thema Geld nicht weit weg, so muss man ehrlicherweise gestehen. Wenn du magst, sag, was du verdienst oder auf jeden Fall, wie die Kostenstruktur ist. Viele, das Beispiel mit dem Onkel, mein Onkel hat auch eine Spiegelreflexkamera, der kann das auch. Man hört natürlich häufig, warum bist du so teuer. In jeglichen Bereichen, vielleicht magst du zumindest die Kostenstruktur bei Fotografen einmal ein bisschen erklären. Ja, also das ist ein Thema, was ich glaube, in der Dienstleisterbranche generell zu wenig Präsenz hat. Ich habe es auch selber, letztes Jahr, als wir uns verlobt haben, habe ich auch gemerkt, okay, krass, es kostet Geld. Gut, ich muss auch sagen, wir waren jetzt nie irgendwie knauserig damit und haben da jetzt gesagt, boah nee, der Dienstleister ist zu teuer oder so. Aber man denkt halt natürlich in gewisser Weise, wenn jetzt Person X zweieinhalbtausend Euro nimmt, das kriegt der auch. Aber das ist ja gar nicht so. Und da steckt ja einfach unfassbar viel Arbeit hinter. Alleine die ganzen Arbeitsstunden, du hast die Vorbereitungszeit da drauf. Dann das Equipment, das kennst du auch, wie viele Tausende von Euro da drin stecken. Das muss finanziert werden. Das sehen natürlich viele nicht. Man möchte immer auf dem neuesten Stand sein, kauft sich neue Sachen. Dann hast du deine ganzen Weiterbildung und vor allem die Fixkosten, deine monatlichen ganzen Kosten, deine Website. Das muss alles gepflegt werden und vor allem die Steuern. Ja, durchaus ein wichtiges Thema, die Steuern, selbst wenn du es nicht hauptberuflich machst, ist natürlich 30% Gewerbesteuer, vielleicht noch Einkommenssteuer. Je nachdem, ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt. Du hast andere Versicherungen in der Regel noch mehr, ob es jetzt für Equipment ist oder eine erweiterte Haftpflichtversicherung fürs Unternehmen zum Beispiel. Also das ist etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben. Ja, total. Man muss auch sagen, woher sollen sie es auch nicht? Ja, absolut, absolut. Also wir machen ja genau diesen Podcast hier, damit eben die verschiedensten Leute aus dem Bereich mal zu sprechen kommen und auch ein bisschen erklären können, warum kostet eine Fotograf, DJ, Hochzeitsplanung so viel Geld für jemanden, der vielleicht nicht in der Branche ist. Und es wird sicherlich auch nochmal ein Video geben, wo man so runterbricht. Okay, was bleibt eigentlich von Summe X tatsächlich für den DJ, für den Fotograf, für wen auch immer übrig? Von daher, das wird sicherlich nochmal kommen. Aber, ich finde es auch immer ganz krass, wenn man das mal auf die Stunde runterbricht. Ja. Das habe ich mal gemacht und ich fand es ganz furchtbar. Ja, lass es lieber. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich dieses Geld oder Liebe, wenn du etwas machst, was du gerne machst, dann guckst du vielleicht nicht auf den Stunden. Ja, absolut. Also macht auch keiner, ne? Also muss man auch dazu sagen. Also die wenigsten Leute berechnen zum Beispiel eine Vorbereitung effektiv. Ja, voll. Gut, beim DJ gibt es jetzt eh nicht so eine riesen Nachbereitung, muss man auch ehrlicherweise sagen. Die haben wir dann. Die habt ihr dann. Dafür haben wir vielleicht die etwas anstrengenderen Arbeitsstunden. Ja. Dann gehe ich auch nach hinten raus, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber so ist das. Ich habe diese eine Frage, bei der du vielleicht nicht wusstest, was sie sollte und zwar, woran glaubst du, was in fünf Jahren normal ist, wofür die Leute dich jetzt vielleicht gerade verlächeln? Da muss ich zu sagen, die Frage fällt mir sehr, sehr schwer. Ja, glaube ich dir. Ich finde sie sehr schwierig. Glaube ich dir. Weil ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch. Ich glaube nicht an das Böse in den Menschen. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass irgendeiner Böse über mich denkt. Ja. Aber ich denke gerade so im Hinblick auf das Hobby zu einem Business hochziehen oder, keine Ahnung, vielleicht stehe ich in fünf Jahren auf Mallorca, auf einer richtig geilen Hochzeit in einer Finca. Und da werden die Leute vielleicht sagen, okay, krass, die hat es tatsächlich geschafft, wo sie jetzt vielleicht noch eher mit einem Schmunzeln dastehen und sagen, mal gucken, ob das was wird. Aber grundsätzlich glaube ich nicht an das Schlechte. Ja, so ähnlich ging es mir auch. Ich habe natürlich auch viele Beispiele dafür. Es gab mal ein ganz prägendes Beispiel, wie ich auf einem, ich glaube, 16 oder 18 Geburtstag war als Gast, nicht als DJ, wo es dann hieß, wo ich gerade hinter einer kleinen Gruppe von Menschen ankam und so über mich gesagt habe. Wo es dann gesagt wurde nach dem Motto, ja, das wird eh nie was. Oh, ja. Und auch musikalisch gesehen und da fing es mit Contour zum Beispiel an, also mit dem Musiklabel. Beziehungsweise es fing zwei Jahre danach an eigentlich und man hat halt zwei Jahre davor gehört, ja, das wird eh nie was. Und dann zwei Jahre später diese CD in der Hand zu halten und zu sagen, also ich habe es natürlich nicht gemacht, aber einfach für einen selbst den Moment zu haben, ja, krass, also lass die anderen doch da reden. Voll. Also man muss nur sehen, wie viel in den letzten drei Jahren passiert ist und manchmal so ein bisschen Selbstreflexion. Total. Jetzt heiratest du ja auch. Ja. Im nächsten Jahr. Richtig. Und ich muss auch fairerweise sagen, dass ich der DJ sein darf. Das heißt, wir brauchen natürlich ein paar Lieder. Wo sagst du, das sind die Lieder, die auf deiner Hauszeit auf jeden Fall nicht von mir fehlen dürfen? Oh, oh. Weißt du, die auswendig oder sollen wir die lieber nachreichen? Also ich habe mein Einzugslied, aber das will ich nicht verraten. Nein, okay, und zur Party? Gibt es da irgendwelche Lieder, wo du so sagst, also bei dir würde natürlich, klassisch, Wilde, Wilde, Lille, Lida, Chuba, wäre natürlich so im Moment das Thema, glaube ich, bei dir. Aber hast du noch andere Songs, wo du so sagst, okay, das ist auf jeden Fall so wichtig, dass es dir nicht fehlen darf auf der Feier? Also ich finde, es ist zwar ein richtiges Klischee, aber zum Brautstraußwurf, Who Run The World von Beyoncé, Klischee, aber ich finde es ziemlich nice. Und es ist zwar jetzt ein langsamer Song, aber Angels von Robbie Williams, da brüllt jeder mit, glaube ich, also ich jedenfalls und meine ganzen Freunde. Ja, also generell, also ich weiß, wie du Musik machst und ich lasse mich da einfach leiten. Genau, viel was anderes bleibt dir eigentlich richtig in dem Moment. Ich freue mich sehr auf die Feier nächstes Jahr, muss ehrlich gesagt, fast zwei Jahre, glaube ich, im Vorraum gebucht. Vorbildlich, ohne Ende, alle Dienstleistungen, glaube ich, bekommen, die du wolltest, setzt dich bei mir einfach da voraus. Frag die Leute rechtzeitig an. Ja, genau, frag die Leute rechtzeitig an und jetzt ist ja deine Hochzeit im nächsten Jahr. Wie siehst du denn deine persönlichen Ziele im nächsten Jahr oder vielleicht im übernächsten Jahr? Also mein Ziel nächstes Jahr ist, eine Auslandshochzeit zu begleiten. Das ist bei mir relativ weit oben. Ich glaube, das ist so ziemlich von jedem Fotograf, der auch noch vielleicht am Anfang steht oder erst mal nur in Deutschland fotografiert, irgendwann mal eine Auslandshochzeit zu haben, weil da entstehen einfach unfassbar geile Bilder. Also natürlich hast du die auch hier in Deutschland, du hast hier auch geile Kulissen, aber es zieht auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit auf sich, wenn du halt Auslandshochzeiten auch präsentieren kannst und ja, irgendwo in Italien oder auf Mallorca in irgendeiner richtig schönen Finca. So eine Toskana-Hochzeit. Ja, das fühle ich schon sehr. Ja, das glaube ich dir. Wenn ich mal mit Bildbearbeitung zu tun habe, sehe ich immer nur bei, weiß nicht, Photoshop und wie die ganzen Programme heißen, auch immer so ein klassisches Standbild mit dem Preset von Toskana oder Mallorca mit den ganzen beige-braunen Tönen. Ich bin ja kein Profi drin. Ist okay. Aber man sieht das so klassisch, diese, man hat auf jeden Fall Farben vorm Auge, wenn man an eine Hochzeit im Süden denkt, ich nehme Norden, ist nicht so deins, der Ansage. Ach, kann auch schön sein, will ich gar nicht schlecht machen, aber also so ein Highlight wäre schon tatsächlich... Das soll es sein. Ja, ist schon nice. Du arbeitest ja darauf hin, muss ich ja ehrlicherweise sagen. In zwei Wochen, glaube ich, also wann ist das jetzt? Mitte... Anderthalb Wochen, ja. In anderthalb Wochen, also Mitte November 2022 geht es für dich nach Mallorca. Du kannst gerne ein bisschen was darüber erzählen, über dein kleines Abenteuer. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich fahre mit meiner lieben Freundin Julia von Unique Weddings. Das ist die Freundin, die sich auch gleichzeitig selbstständig gemacht hat mit mir. Ja, wir fahren nach Mallorca und haben gesagt, wir legen ein paar Portfolio Days ein, einfach um ein bisschen Stimmung da reinzubringen in das Ganze und ja, haben da alles durchgeplant. Wir haben da ein richtig geiles Style-Shooting, der komplette Sonntag. Wir fliegen morgens um sechs Uhr und das Shooting geht um elf Uhr dreißig los. Also es wird alles sehr sportlich und ist bis sehr, sehr spät durchgetaktet. Ja, haben ein richtig cooles Couple, was dabei ist, schöne Brautkleider und ja, freue ich mich richtig doll drauf. Es wird richtig schön. Man muss sagen, wenn dieser Podcast rauskommt, fairerweise, dann war das wahrscheinlich schon, weil so schnell bin ich dann doch nicht in der Produktion. Aber dann dürft ihr natürlich, verlinke ich dann auch gerne etwas von dir, der wahrscheinlich der Instagram-Kanal wird es werden, schätze ich mal. Oder die Website, wahrscheinlich werde ich beides machen und dann könnt ihr ja schon mal das Abenteuer nachverfolgen auf den sozialen Medien im Internet. Und wo auch immer du es publizierst, hast du sonst noch, wir kommen so ein bisschen zum Ende des Gesprächs, irgendwas, wofür du Promo machen möchtest? Also gibt es irgendwas, wo du so sagst, das möchtest du jetzt noch den Leuten mitgeben? Vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Ja, für mich selber. In deiner eigenen Sache machen. Das ist durchaus der Platz jetzt, um das zu machen. Hast du natürlich schon vorher hier. Aber vielleicht hast du noch andere Punkte auf deiner Liste, die du noch bewerben möchtest. Ja, also generell finde ich, es gibt so ein paar Punkte, die im Hochzeitsbereich schwierig sind. Ich finde, es ist schwierig, den passenden Dienstleister für sich zu finden. Und da muss ich sagen, hatte ich wenig Berührungspunkte mit, weil, also wie du schon sagst, wir hatten zwei Jahre im Voraus alle angefragt. Wir wussten, wer unsere Top-Dienstleister sind. Aber ich kann sagen, dass jedes Brautpaar sich irgendwie mit dem Dienstleister einmal auseinandersetzen sollte und gucken sollte, hey, passt es? Ist das unser Dienstleister? Und dann fragt ihn rechtzeitig an. Also ich habe tatsächlich für nächstes Jahr, es gibt irgendwie drei Daten, die scheinbar beliebt sind. Ja, das ist jedes Jahr so. Jedes Jahr, neunter, neunter. Das sind wirklich die Klassiker. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall der zehnte, sechste und der fünfte, achte. Ja, fünfte, achte durchaus. Hast du auch? Habe ich auch. Ach was. Fünfte, achte, ein ganz beliebtes, fünfte, sechste, achte, ein ganz beliebtes Wochenende. Ich weiß nicht, ob es mit den Ferien zu tun hat. Ja. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Also ja, rechtzeitig anfangen ist durchaus richtig. Hast du noch etwas, wofür du selbst, also du hast ja jetzt eher für alle Dienstleister, aber möchtest du für dich Werbung machen noch? Ja, ich freue mich natürlich über jede Anfrage, die ich bekomme. Um jetzt Eigenwerbung zu machen, bekomme ich auch mal sehr gutes Feedback von den Brautpaaren. Mir ist es immer wichtig, ja, wie gesagt, so ein bisschen als Hochzeitsgast indirekt auch unterzugehen, aus der Masse jetzt nicht so herauszustechen. Und ja, das bekomme ich immer gut als Feedback, dass es sehr angenehm ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über jede Anfrage, die ich bekomme. Mit meiner lieben Freundin Julia ist auch noch einiges geplant. Also da können die Leute auch sehr, sehr gerne gespannt sein. Ja, ich habe gehört, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, was da kommt? Ein bisschen sneaky nur. Okay, naja, okay, also es kommt auch was, was mit Hochzeiten zu tun hat und Audio. Ich sage es mal so, wahrscheinlich weiß man es jetzt schon, aber der Podcast kommt eh etwas verspätig. Vielleicht ist es da schon in Planung und auch schon raus, weiß man ja nicht. Richtig. Ich danke dir. Achso, wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee. Das war's. Achso, okay, dann danke ich dir vielmals, dass du den Weg aus Hamburg hier auf dich genommen hast. Sehr, sehr gerne. In das kleine, beschauliche Dorf. Ja, aber sehr schön. Ja, sehr schön, sehr schön, ruhig, optimal, um einen Podcast aufzunehmen durchaus. Ich würde mich sehr freuen, davon weißt du noch gar nichts, wenn ich dich irgendwann nach deiner Hochzeit nochmal wieder in den Podcast holen darf. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Als kleine Erfahrung, nicht nur mit mir, sondern auch mit den ganzen Dienstleistern oder worauf du auch im Nachhinein vielleicht nochmal deiner Hochzeit darauf achten wollen würdest, dann kannst du sicherlich auch ein bisschen mehr schon berichten zu dir noch als Fotografin. Vielleicht war dann die erste Anfrage bereits für eine Auslandshochzeit. Ich hoffe. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Anfrage. Gerne, gerne.